Der mal Tempo aufnimmt. Da, da, Tempo. Jetzt aufgenommen und dann schauen Sie mal, was der mit dem St. Pölten an veranstaltet. Dieser eine Kontakt eben und ich meine, Kofi Schulz ist auch nicht langsam. Hier. War natürlich für ihn leichter in der Vorwärtsbewegung, keine Frage, als der Verteidiger in der Rückwärtsbewegung, aber auch der Abschluss dann mit dem Außenriss. Das ist schon stark, Seko Keuter. Keuter, damit geht der erste Satz mit 6 zu 2 an Salzburg. 20 Minuten, ja, nicht ganz so spannend hier, aber natürlich immer spannend zu wissen, wer getroffen hat. Salzburg führt mit 7 zu 2. Dieser Keuter, so schnell, Rieger verschätzt sich und dann macht das Seko Keuter so cool. Der hat heute übrigens Geburtstag, 21 Jahre jung, Keuter, und macht hier zwei Tore als Einwechselspieler. Also hier das neunte Tor gefallen. Keine Spannung mehr, dafür ein Schützenfest vom Feinsten. Das war mein treffreichstes Spiel aller Zeiten, denn Darts ist ja schon angekündigt. Also ich denke, das ist es jetzt. Zehn Tore sind gefallen hier in St. Pölten. Seko Keuter macht drei davon als Einwechselspieler, ist in Ordnung. Also hier zehn Tore und ich denke, das war es jetzt wieder mit meiner Redezeit. Schöner Headtrick für Keuter.